Unsere Geschichte beginnt 2013, als wir unser erstes eigenes Buch geschrieben und auch selbst verlegt haben, vor allem in den Kastor-Brauxel. Und aus diesem Self-Publishing-Projekt zweier Freunde ist dann die Idee zu einem Verlag geworden. Und so kam es, dass wir 2015, Anfang 2015, der erste YouTuber-Verlag Deutschlands wurden und wirklich einen ganz klaren Fokus auf YouTuber und andere Social Media Stars haben. Und kurze Zeit später haben wir für unsere Idee von der Frankfurter Buchmesse die Wildcard bekommen und haben fast zeitgleich dazu eine Vertriebskooperation mit den Ulstern Buchverlagen begonnen, sodass als unser erstes Buch wirklich als Plötz- und Betzholz-Verlag rauskam, wir eine gute Unterstützung hatten und das Buch, peinlich für die Welt, auch direkt dann wirklich Spiegel-Bestseller wurde. Wenn wir dann noch sehen, dass wir bei Lesungen, wo dann YouTuber ihr Buch vorstellen, wie Geschehen mit Jonas Ems in Köln, dann plötzlich 400 kreischende Jugendliche vor einer Buchhandlung erleben, dann ist das im Prinzip der Lohn für die Arbeit, die wir nebenbei machen. Wir sind ja seit dem 1. Februar dieses Jahres Teil der Ulstein-Gruppe. Wie es dazu kam, ist eine ganz spannende Geschichte, denn das ist auch jetzt gerade erst ein Jahr her. Es kam so, dass ich mit der Lektorin von Econ zum Kick-Off für mein eigenes Buch saß. In dem Buch geht es darum, wie man nebenher sein eigenes Ding macht und sein eigenes Business gründet. Und wir saßen beim Kick-Off beieinander und ich habe ihr unser nächstes Buch, unser erstes richtiges YouTuber-Buch quasi in die Hand gedrückt und gesagt, guck mal Sylvie, das machen wir gerade. Und einen Tag später bekomme ich eine E-Mail, sehr geehrter Herr Plötz, ich bin Ihre glückliche Verlegerin. Ich finde das spannend, was Sie da so tun und wir würden uns gerne mal unterhalten. Und das haben wir getan. Das hier ist das Buch, das Buch, was den Aufschlag gegeben hat und was auch seit 5 Monaten ununterbrochen auf der Wirtschaftsbuch-Bestsellerliste ist. Also es funktioniert.